Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelmeinung. Ich sitze heute mit dem Hörnchen hier und wir sprechen über unsere Highlight-Spiele vom Februar. Moin Hörnchen. Moin Moin. Bei mir geht es heute um DSP, das Dyson Sphere Program. Bis gleich nach dem Ende. In unserem heutigen Podcast geht es also um Dyson Sphere Program. Wer vielleicht davon schon mal gehört hat, der weiß worum es geht. Ansonsten, ich erkläre das mal eben ganz kurz. Eine Dyson Sphere ist ein erdachtes Konstrukt. Das wurde benannt nach Freeman Dyson, was er so 1960 mal beschrieben hat in einem Aufsatz. Und zwar geht es um eine gedachte Konstruktion, die um einen Stern, also um eine Sonne herum, konstruiert wird, um die Energie dieses Himmelskörpers vollständig zu nutzen oder halt wesentlich besser zu nutzen, als halt nur das, was er in die Richtung des Planeten, wo man dann halt lebt, abstrahlt. Das ist eine mechanische Konstruktion oder halt auch eine bewegliche Konstruktion, die so aus Sonnensegeln besteht oder halt eine richtige Kugel, die man da halt rumbaut mit einer Oberfläche, die halt die Energie aufnehmen kann. Und das Ganze geht darum, dass man halt eine gigantische Menge an Energie benötigen würde, um halt die Zivilisation in das Weltall zu bringen, mit Reisen per Raumschiff und so weiter und so fort. Das heißt, für die ganze Technik, die man dort braucht, braucht man eine gigantische Menge Energie. Und die hat man so auf dem Planeten halt normalerweise nicht zur Verfügung. Das ist so das Prinzip einer Dyson-Sphäre. Und darum geht es auch in diesem Spiel. Der Entwickler ist ein für mich unbekanntes Studio. Das nennt sich Youth Cat aus China. Ist ein Fünf-Mann-Team. Irgendwann ist das Spiel aufgeploppt auf Steam. Wurde dann rauf und runter gespielt im Streams. Ist auch relativ gut angekommen mit 200.000 verkauften Einheiten. Es ist ein Aufbauspiel im Stile von Factorio oder Satisfactory. Und es geht darum, dass man halt diese Produktionsanlagen aufbaut, um halt letztendlich eine Dyson-Sphäre zu konstruieren. Man spielt einen Mekka, also einen mechanischen Roboter, der halt diese ganzen Aufgaben auf dem Planeten, wo man startet, erfüllt, um halt der Gesellschaft, die nur noch in einem virtuellen Raum existiert und deswegen eine riesige Menge Energie benötigt, um die Rechenzentren und so weiter da zu betreiben, um halt diese Energie dann zur Verfügung zu stellen. Es ist ein reines Aufbauspiel. Das heißt, Rohstoffe abbauen, Produktionsanlagen aufbauen, Forschung betreiben und neue Technik und neue Bauteile freizuschalten, um dann halt immer weiterzukommen, um dann letztendlich um den gewählten Stern herum die Sphäre zu konstruieren und aufzubauen. Die Planung der Sphäre kann man dadurch bestimmen, dass man halt die Größen festlegt, welchen Durchmesser sie halt haben soll. Das ist eigentlich relativ unspektakulär gemacht, aber es sieht halt eben extrem gut aus. Das ist halt ein Punkt von dem Spiel, was mich sofort fasziniert hat. Die Grafiken an sich sind relativ einfach gehalten, mit sehr glatten Texturen von den Maschinen und den Anlagen, die man da baut. Die Planeten sind auch relativ einfach gehalten. Die einen sind mit Vegetation, der andere ist ein Eisplanet, dann gibt es Wüstenplaneten, also verschiedene Biome, aber auf Planeten beschränkt. Dann die Lichtstimmung im Weltall, wenn man so die Konstruktion der Sphäre macht, die sind sehr schön umgesetzt. Auch die Lichteffekte auf dem Planeten, dann wenn man da so alles am Laufen hat, das funktioniert ganz gut. Sehr performant, das hat mich von Anfang an beeindruckt eigentlich. Wie sieht das denn aus? Ist da Multiplayer-Modus geplant? Ich meine, das wäre eigentlich recht sinnvoll, wenn sich einer um Planet 1 kümmert, der nächste kümmert sich um Planet 2 und so weiter und so fort. Also das Spiel ist gerade noch im Early Access, erschien am 21.01. Die Entwickler haben so eine kleine Roadmap rausgebracht, was sie reinbringen wollen. Bisher sind nur kleine Patche rausgekommen in Bezug auf Performance, Speichern und so ein Krempel. Ein bisschen sind sie schon auf die Community eingegangen, das heißt, zum Anfang war es so, dass man Maschinen abreißen musste und dann eine höherwertige Maschine neu aufbauen musste, bezeichnen nach den MK1-2-3-Stufen. Das haben sie jetzt mittlerweile implementiert, dass man die on the fly austauschen kann, wie bei Factorio, dass du also quasi upgraden kannst, ohne diese Maschine neu zu bauen. Oder Bänder kann man upgraden, das sind so kleine Sachen, die waren nicht von Anfang an mit drin. In der Planung ist ein Combat-System tatsächlich, das heißt, es werden Aliens, Feinde, was auch immer eingeführt. Wie die dann agieren, ob im Weltraum, auf dem Planeten, das ist noch nicht so ganz klar, beziehungsweise ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden. Für mich kann das gerne wegbleiben. Ein Multiplayer ist momentan nicht angedacht. Nach meinen Informationen wird es keinen Multiplayer geben. Es kann sein, dass er vielleicht später nochmal reinkommt, wenn das Spiel mal mehr oder weniger fertig ist. Also es soll ein reines Singleplayer-Spiel bleiben, ja? Ja, genau, genau, genau. Ja, apropos Spielen, Multiplayer hin oder her, vielleicht noch zu erwähnen, das Universum, was man sich erstellt zum Anfang des Spieles, ist zufällig generiert. Das heißt, du startest nicht immer auf dem gleichen Planeten mit den gleichen Ressourcenverteilungen, sondern dein Startplanet ist natürlich definiert. Das heißt, du hast die Grundressourcen relativ in deiner Nähe, wie Kupfer, Eisen und Kohle. Dazu kommt noch Öl als vierter Rohstoff. Dann wird dir das Spiel gleich Grenzen setzen, was du auf deinem Planeten findest. Da geht es weiter mit Titan und Silizium. Das wirst du normalerweise nicht auf deinem Planeten finden. Neben deinem Planeten ist in der Regel immer ein weiterer Gasriese, der dir mindestens eine Gasressource zur Verfügung stellt, die du aber erst auch mal erreichen musst. Und das Spiel zwingt dich dann halt also, das Sternensystem zu erkunden. Wenn du ein neues Spiel machst mit einem neuen Hashwert und die Anzahl der Planeten selber festlegst und so weiter, sind die Anfangsressourcen halt immer etwas anders verteilt. Aber die Grundressourcen hast du natürlich, weil du sonst nicht starten könntest. Das heißt, das Spiel hat auch in der Hinsicht einen großen Wiederspielwert, wenn es darum geht, neue Herausforderungen, neue Produktionslinien aufzubauen, weil du auch Alternativrezepte hast für bestimmte Sachen. Da musst du halt ein bisschen umplanen und versuchen, das Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen. Bei mir endet es aber immer im Chaos. Wie ist das denn, wenn dir auf fremden Planeten zum Beispiel Ressourcen auslaufen? Bekommt man das mit? Kann man da schnell agieren, um da gegenzuarbeiten? Ja, das ist eine Sache von dem Spiel, wo noch ein ganz, ganz, ganz großer Haken dran sitzt. Ich bin jetzt im zweiten Durchlauf. Ich habe das damals, als es rausgekommen ist, direkt gestreamt und wir haben dann gespielt und gespielt und war nach irgendwann über 100 Stunden soweit, dass die Dyson-Sphäre quasi nur noch fertig gebaut werden musste. Ich bin jetzt im zweiten Durchlauf, kenne daher dementsprechend den Tech-Tree so einigermaßen und die Abläufe. Man merkt es mittlerweile, dass das Spiel an der Stelle noch eine riesengroße Baustelle ist. Auf den ersten Blick sieht das alles ganz toll aus, das funktioniert, das macht, das tut. Dann der erste Punkt, der schwierig ist, du hast zwar sogenannte Baudrohnen bei deinem Mecker. Der baut nicht von selber, der legt also quasi nur den Grundstein bzw. das Layout und dann fliegen aus deinem Rucksack Drohnen und die bauen dann diese Einzelteile auf. Im Vergleich zu Faktorio fehlt ihm aber essentiell etwas, was ich mir unbedingt wünsche. Ansonsten werden viele, viele Leute das ganz schnell an der Seite packen. Denn du musst dir jeden einzelnen Rohstoff, der verbaut werden soll, sprich Transportbänder oder Maschinen oder sonstiges, musst du dir alle händisch selber heranholen. Entweder musst du die in deinem Rucksack selber zusammencraften oder halt vormontiert aus irgendeiner Kiste rauskrabbeln. Was dann in einem späteren Spielverlauf zu einer Riesenlauferei wird. Vor allen Dingen, wenn du nicht sehr systematisch aufbaust, bist du immer am Sachen suchen. Dazu kommen dann noch die Probleme, dass dein Inventar, wenn du am Craften bist, dir nicht eindeutig sagt, hey dir fehlt noch 500 Eisen, die musst du noch holen. Sondern wenn du Glück hast, wird das rot markiert. Aber dann musst du halt selber schauen, wie, was, wann, wo. Du wirst immer wieder an den Punkt gebracht, dass du 23 Mal um die Ecke rennen musst, um die Sachen zusammenzusuchen. Dazu kommt dann das Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass du keine Meldung bekommst, wenn ein Rohstoff ausläuft. Das heißt, das gesamte Management über das Sternensystem hinweg wird zu einer Riesenrennerei, Fliegerei, was im späteren Verlauf, wenn man jetzt davon ausgeht, mein Universum hat 67 Sternensysteme, glaube ich. Du musst im Endeffekt jeden einzelnen Planeten abklappern, um zu sehen, was dort los ist. Du hast zwar eine Produktionsübersicht, du kannst in deiner Statistik reingucken, wird dort noch Titan hergestellt oder nicht. Aber sonst kannst du erstens von außen nichts machen, also du hast keine Remote-Verwaltung, sondern halt einfach nur Statistik reingucken, geht, geht nicht. Und wenn das nicht geht, musst du tatsächlich deinen Rucksack packen und da hinfliegen, um dann festzustellen, ah, das geht nicht, das funktioniert nicht, wir müssen hier mehr ausbauen, wir müssen umsetzen. Und dann hast du deine Sachen nicht dabei, was du vielleicht brauchst. Das heißt, du musst wieder zurückfliegen, packst deine Maschinen ein, packst deine Bänder ein, fliegst wieder hin. Also es ist mehr ein Laufspiel in dem Moment dann als ein automatisiertes System, wie man es von einer Wirtschaftssimulation kennt, dass du halt aus deinen Werten halt Sachen herausbekommst, rauslesen kannst. Vor allem hast du dann auch das Problem, was sehr früh auftaucht, dass die Verwaltung der anderen Planeten nicht Remote geht. Deine Planeten sind über Transportsysteme verbunden, das heißt, du baust da so ein Türmchen auf und da fliegen dann Raumschiffe hin und her. Das Verwalten des Stützpunktes auf dem anderen Planeten kannst du aber nur vor Ort machen, was für mich völlig sinnfrei ist, weil die sind untereinander verbunden. Die sagen sich, hey, ich habe hier vier Millionen Eisenerz für dich, hol die mal ab, jo, ich komme. Aber du kannst nicht von zu Hause aus auf den anderen Turm zugreifen und sagen, okay, dann, wenn du so und so viel hast, dann mach doch mal einen anderen Lagerstand oder sonstige Geschichten. Die Verwaltung findet immer vor Ort statt. Das Bauen wird dir immer wieder verleidet oder schwierig gemacht, weil du immer von Hand eigene Sachen suchen musst. Wenn du im Weltraum bist, hast du das Problem, du steigst mit deinem Mecker auf und musst dir von Hand suchen, wo du hinfliegen willst. Setz per Cursor deinen Kurs, drückst Tab, dann ist der Cursor gelockt. Das heißt, der Mecker bewegt sich nicht mehr und dann kannst du per Hand sagen, okay, flieg mal in Warp-Geschwindigkeit dahin. Aber alles musst du von Hand machen. Du hast keine Navigation, du hast keinen Autopilot, kein gar nichts. Die Frage ist an dem Punkt, ist das bewusst nicht drin oder ist das noch jetzt im späteren Verlauf geplant, dass diese Quality of Life oder für mich logischen Sachen reinkommen, um das Spiel nachher auch verwaltbar zu machen. Das heißt, dieser Automatisierungsaspekt findet nur auf den Produktionsanlagen statt und nicht an deiner Spielfigur, an deinem Mecker. Und das ist ein bisschen schade und das muss unbedingt kommen, damit dieses Spiel ähnlich wie Factorio auch ein Langzeitspiel wird. Um es mal nochmal kurz zusammenzufassen, das Spielprinzip, baue deinen Planeten auf und so weiter, das kennt man in dem Sinne von Factorio oder Satisfactory definitiv schon. Das ist jetzt nichts, was jetzt neu ist. Richtig. Was allerdings, und das ist momentan noch ein bisschen frustrierend, ist dann letztlich die Verwaltung über die Planeten, über die einzelnen Sternensysteme hinweg, da hier einfach noch die Meldungen und die Informationen fehlen, wenn da entsprechende Ressourcen auslaufen oder irgendwas nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Das heißt, dir fehlt einfach noch ein Feedback-System hinten dran. Ganz genau. Du musst alles, wie gesagt, über die Produktionsliste durch scrollen und gucken. Reicht es, reicht es nicht? Und dann erstmal selber händisch wieder nachdenken. Händisch nachdenken, hört sich auch gut an. Was, wann, wo, wie und warum produziert wurde und welche Kette wo zusammenläuft. Es ist einfach immer dieses Suchen der Nadel im Heuhaufen, warum jetzt gerade deine Raketenproduktion nicht läuft. Das wird natürlich dann um zu absurde, um zu mehr Sternensysteme man hat, weil man dann natürlich vielleicht sogar gar nicht sieht, wenn da einzelne Sachen runterfallen und es dann immer weniger wird und man sich dann denkt, okay Moment, vor 10 Spielstunden hatte ich doch irgendwas um die 10 Millionen da am Umsatz und jetzt auf einmal habe ich nur noch 5 Millionen. Aber es ist halt nicht aufgefallen, weil zum Beispiel immer nur nach und nach immer so tröpfelchenweise runtergegangen ist. Ganz genau, wenn deine Ressourcen halt auslaufen, nämlich bis auf Öl und Gas sind sie nicht unendlich. Dir fällt es halt nicht auf, wenn immer weniger produziert wird, so wie du das gerade sagst. Und irgendwann bricht dein System zusammen und ganz am Ende der Kette merkst du dann plötzlich, ich produziere nichts mehr. Warum? Und dann musst du halt zu Fuß händisch rückwärts laufen, tatsächlich deine Produktionskette nachschauen, was fehlt. Du kriegst zwar eine optische Meldung bei den Abbaugeräten, die Erze abbauen, die setzt sehr früh ein. Das heißt, du kannst dir das anzeigen lassen, da wird auf diesem Abbaumaschine wird dann so ein Ausrufezeichen angezeigt. Das blinkt fröhlich vor sich hin. Das war es aber als einzige Meldung. Und das macht natürlich gar keinen Sinn, wenn das auf einem fremden Planeten ist, der 23 Lichtjahre weit entfernt ist, dass da ein Lämpchen blinkt. Das siehst du nicht. Das Feedback-System ist nicht vorhanden. Du hast noch angesprochen, dass so eine Art Verwaltersystem vielleicht ganz sinnvoll wären. Das war ja meine Idee eher in die Richtung Multiplayer. Dass dann, wie gesagt, einer sich um Planet 1, 2, 3 und so weiter kümmert. Da wäre natürlich die Frage, inwiefern und inwieweit kann man das automatisieren? Also was soll das System dann letztlich machen? An diesen Mining-Dingern sind immer verschiedene Plätze, wo dann die Mine letztlich sich ansetzen kann. Man könnte es jetzt so gestalten, dass die Automatisierung dann sagt, okay, ich habe da noch drei Felder frei. Dann baue ich das zum Beispiel rum. Das wird dann natürlich wieder eine gewisse AI voraussetzen. Das könnte natürlich dann wiederum stark auf die Performance gehen, zumal der auch noch Wege dann setzen muss. Oder es würde dann eben eine andere Möglichkeit gegeben werden, dass man sagt, okay, ich kann die Minen in dem Sinne eventuell ausbauen, sodass die mehr Radius abgreifen. Was aber auch das Grundproblem erstmal nicht löst, wenn auch die Quellen leer sind, ist es halt leer. Oder es wäre wirklich so gegeben, dass dann die KI, AI wie auch immer eigene Quellen erschließt, aber dann ist halt die Frage irgendwann, warum spiele ich überhaupt, wenn die KI, AI sowieso das alles selber macht? Also es ist, so wie du gesagt hast, diese Rohstoffquellen von Festrohstoffen sind mehr oder weniger zufällig generierte Patches auf den Planeten und du kannst deine Abbaugeräte frei da drum platzieren. Das heißt, du kannst einen hinsetzen oder fünf, je nachdem wie viel Platz du hast und die bauen halt so lange ab, wie was da ist. Es wird immer weniger, dann fällt eine Quelle aus, die nächste Quelle aus und das ist das, was du nicht mitbekommst. Das System müsste dir eigentlich die Möglichkeit geben, dass du so eine Quelle, zum Beispiel du bist auf dem Planeten Nummer 1, baust dort eine Titan-Abbaustelle auf, die besteht aus fünf Mining-Geräten. Diese müsstest du benennen können, Titan-Abbau 1 mit dem Planeten und sonstiges, Koordinaten dahinter. Und die müssen in deinem System auftauchen und überwacht werden und wenn diese nichts mehr bringen, müsste halt in deiner Produktionsübersicht die Möglichkeit bestehen, dass dort eine Meldung gemacht wird, ein rotes Lämpchen oder eine Meldung, die am Bildschirm erscheint, wie auch immer. Von wegen Rohstoffquelle ist leer oder so ähnlich, dass du eine optische Rückmeldung bekommst, dass dort was nicht in Ordnung ist. Wenn du im Sternensystem 30, 40 Kohle-Abbaustellen hast, weißt du nicht, welche das ist und die später jede einzeln abfliegen oder abzulaufen, das macht keinen Sinn, das macht kein Mensch. Kann man ja auch in den Forschungstree mit reinbringen, dass man sagt, Remote-Verwaltung kann ich mir freischalten über ein Satellitensystem, was ich auch bauen muss und an den Planeten aufbauen muss. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die eigentlich noch offen sind, die ich in der Roadmap nicht gesehen habe. Ich würde sogar sagen, dass man das sogar noch krasser unterscheiden kann, dass du sogar sagen kannst, du kannst nur ein Planet überwachen, dann kannst du zwei Planeten überwachen und das kannst du immer weiter ausbauen. Ist ja im Prinzip schon drin, es gibt eine Forschungskette, die dir anzeigen lässt, welche Rohstoffe auf dem Planeten vorhanden sind, was auch wieder total sinnfrei ist. Du kannst dir zwar dann auf der Sternenkarte anschauen, okay, ist da Kohle vorhanden oder ist da keine Kohle vorhanden. Wenn ich dort noch nie gewesen bin, kann ich nicht beurteilen, wie viel Kohle da ist. Okay, wenn du dann aber dort eine Produktionslinie aufgebaut hast, kannst du nicht von extern sehen, wie viel Kohle dort noch vorhanden ist. Obwohl du da schon am Abbauen bist, obwohl da schon Geräte stehen, obwohl du schon eine Transportlinie dort etabliert hast. Diese Informationen werden alle im Dunkeln gehalten und das merkt man relativ schnell, dass es da unbedingt nachgesteuert werden muss. Ist das jetzt ein Bug oder ist es jetzt so, dass diese Forschung sozusagen nur einmal diese Daten erfasst und danach bleibt sie liegen und wenn es so Veränderungen gibt, also so deute ich das jetzt. Meiner Meinung nach ist es kein Bug, sondern einfach nicht implementiert. Ja, du hast von einer zumindest kleinen To-Do-Liste gesprochen von den Entwicklern. Hast du grob im Kopf, was da so draufsteht? Der erste Punkt ist einmal Combat. Das heißt, Militärgeschichten kommen rein mit Aliens. Verwaltungsgeschichten sollen ein bisschen mit reinkommen. Sie haben es ja schon gemacht. Also Quality of Life auf jeden Fall. Ansonsten ist mir da jetzt nichts im Kopf, wo man sagen könnte, hey, das ist noch ein großes Feature, was reinkommt. Okay. Soviel zu Dyson Sphere Program. Ein Early Access Spiel mit Ecken und Kanten, viel Lauferei, aber es entschädigt mit einer wunderschönen Grafik und wer sich dadurch fummeln will und auch Spaß daran hat, wird mit Sicherheit viele, viele Stunden damit verbringen können. Ich hoffe, dass das Balancing noch angepasst wird, dass man halt die Rückmeldung bekommt, was wir so ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Vielleicht auch einfach Logistik-Drohnen, die dir halt das Material dann irgendwann bringen, so wie es später in Factory auch reingekommen ist. Ansonsten wird es zu einem Lauf- und Rennspiel und das wollen wir ja nicht, ne? Ja, nun ein bisschen laufen ist ja auch gesund, ne? Gerade so jetzt in der Corona-Zeit, aber ja, ich stimme dir zu. Ich sag dann schon mal Tschüss und wir sehen uns morgen bei mir. Was es dort gibt, verrate ich noch nicht. Genau, das machen wir dann so. Und immer dran denken, liken, kommentieren, abonnieren oder was es sonst noch hier auf YouTube sonst so gibt. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.